Tag Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Flash Games namens Surreal Tennis. Aber davor möchte ich kurz euch was sagen. Und zwar habe ich gestern mein erstes Video auf meinen zweiten Kanal hochgeladen. Hier ein kleiner Ausschnitt. Du willst mehr Aufrufe und Abonnenten haben? Kein Problem. Hier sind 10 simple Tricks, wie du mehr Aufrufe und Abonnenten bekommen kannst. Ja, dann können wir ja schon beginnen. Also ist natürlich unten verlinkt das Video und als zweiten Kanal jetzt auch immer. Also da kommt alles rein, was nichts mit Let's Plays zu tun hat. Das heißt Vlog und so. Aber das könnt ihr ja in der Kanalbeschreibung lesen, was da alles so kommt. Achso. Ist das sowas? Achso, okay. Das war sehr aufwendig, das Video. Ich glaube, ich habe locker über 10 Stunden bestimmt gebraucht. Kann ich aussuchen, wo ich schlage? Eigentlich? Äh, ja. Ach ja. Warum ich das spiele? Weil ich habe gehört, Watcher Federer braucht einen Gegner. Hä? Ja, Leute, das mache ich extra. Ich würde es spannend machen. Kann ich irgendwie auch aussuchen, wo ich hinschlage? Bäm. Hä? Ich kapiere die Steuerung nicht, oder? Warte. Bäm. Hochziehen. Nee. Nee. Doch. Wenn ich runterziehe. Bäm. Ah. Bäm. Hä? Bäm. Ah. Oh. Ja, eigentlich. Hä? Hä? Ich halte doch gedrückt. Oh. Jetzt punktet der auch noch so. Zack. nicht so toll. Und. Bäm. Oh. 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 Nein. Oh. Oh nein. 4040. Ja. Oh. Vorteil. Mach ich mal lieber. Nicht so kompliziert rüber. Bäm. Nein. Nein. Ich hab Rube. Steht da eindeutig. So. Natürlich. Ein Match geht noch. Ja. und wow komm oh das sieht immer so aus ob der vorbeigeht bam komm yeah nur für meine Freunde komm mach ganz rasch oh so ein Lappen egal kommt nur für meine Fans mach ich das jetzt spürt den Tennis Schleier oh ah guck Leute hab ich gewusst deswegen hab ich dich gefragt immer schön viel ja wie sie dann wird er unkontrollierbar für ihn ja man ist das spannende Spiel komm okay okay Vorteil während wir jetzt unser ersten mal unser erstes Spiel machen bam du ist ja dürfen wir jetzt nicht vergeigen Leute das muss gefeiert werden oh der kam hieß hm oh ach ja nicht gedrückt halten ja was sollst du ich bin Boris Becker und ich bin Roger Federer ne Boris Federer meinte ich oh nein ich muss jetzt mich erhoff werden nein Leute ich hab bloß keinen Bock mehr auf das Spiel deswegen mach ich das ja das mach ich auf Sicht zack mach ich mal ganz kurz ja oh nein ähm ja ähm ich hab Schnupfen komm schau dir rüber komm schön lasch wow komm bam mies ne jetzt bam ah ha los die Frauen immer ne so äh 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 yeah äh 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 Leute ich glaub der hat nur Chance gegen Boris Federer guckt und bam oh das wär echt knapp bam durch das Netz aber das hat der Jury nicht gesehen schon wieder und oh ist das grad spannend bäh und jetzt schlag und Junge der macht's schlau der will mich nach vorne drängen ja ich glaub das wird vielleicht unser erster Sieg ja 2 1 und ah doch bäh ja kann man nix mal ups ok concentration und los los na fels ich schon schwer wa oh nein man alter hu perfekt 150 kammer über noch 150 ach oh naja ah er hat jetzt 46 wir können noch aufholen danke und ihr könnt ja gerne unten in kommentare schreiben ob ihr gerne tennis spielt oder nicht und ob ihr auch Boris Federer heißt und ah ist das spannend ey wow wisst ihr was ich mag gar nichts mehr einfach so ja gescheatet ah ja vielleicht klappt das doch noch mit dem sieg ja oh ok komm komm ja Leute ja ich gewinn wir ja noch komm geh nach vorne ja und bäh ah jetzt mies nach vorne schlagen und immer oh dadurch durch netz geschlagen ja extra naja würde ich sagen pst ähm ich freue mich über jeden dislike und bis zöner ja j j j j j